So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Together Boreans und, äh, ja. Und Markus verreckt. Ähm, wo müssen wir optieren? Oh, einfach nur nach oben rechts. Äh, Markus, nein. Finde ich, im Moment hat sich quasi gar kein Billy Talent. Wollten wir nicht eventuell auch mal auf ein Blind Guardian Konzert gehen, je nachdem, wann die wieder irgendwo auftreten. Waaah! Nico, folgen Sie diesem Wagen. Äh, links, links, rechts, 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 weiter rechts. Ich kann nicht so. Hier lang? Ja, links rein. Nico, falsch, da hoch. Einfach den Weg lang und da hoch. Also, ich muss ja sagen, perfekt eingeparkt. Wir haben echt eine ganze Parklücke gespart. Das sollte man einfach mal der Innenstadt machen. Übereinander parken? Genau. So wörtlich, du parken. Ich glaube, die richtige Antwort darauf wäre gewesen, das nennt man Parkhaus. Ähm, ach du heilige. Ja, ein Parkhaus ist aber dadurch, dass du halt noch ein- und aussteigen können musst und alle möglichen anderen Sachen tatsächlich ziemlich viel Platz verschwendet eigentlich. Wenn du das durch ein Roboter-Parksystem machen lässt. Parkhäuser, das sind so Garagen, wo du dein Auto reinfährst und dann werden die wo mit nem Aufzug irgendwo hingefahren. Ja, genau, das mein ich. Ja. Salz. Wie heißen eigentlich bei euch die Viecher, die bei uns Futterrack heißen? Also, wie heißen die im Englischen? Fitterrack. Also, quasi Fütterrack. Ja, oder halt ein, äh, Loll-Noop, ne? Ich steck fest. Also, ich geb mir die Quest ab. Ich stecke nicht mehr fest. So, das Set ist jetzt fast vollständig. Nicht ohne meinen Claptrap. Rette Claptrap in Old Haven. Das seh ich nicht ein. Quest sollte man ablehnen. Das heißt, wir müssen nach Old Haven zurück. Oh, jetzt hab ich eine Caustic SMG. Also, wollen wir lieber zuerst ins Dahl-Headland oder nach Old Haven? Old Haven war übrigens meine Herausforderung. Jetzt hat Lucas... Ja gut, also Claptrap befreien. Alter, ich lege gerade. Ich lege gerade so übelst. Das nennt sich Stein. Was ist der, wie ist der in einem, in einem Gerüst? Damit er nicht umkippt. Ah. Das ist ein, was? Ein Riesen-Bugplug. Also, ich möchte nicht den Hintern zu dem Bugplug erleben. Das ist wahrscheinlich der Bugplug. Das ist der Wreckpile. Wir sollten zur nächsten New-U-Station... Was tut ihr? Leute! Nico, bist du das? Nein. Nico fährt! Das Problem ist, ich habe auch beim Fahren, Lex. Also... Ja, du fährst auch irgendwie. Also... Ist hier eine New-U-Station? Ja, hier. Ach, falsche. New-Station ist hier. Wir wollen nach Oldhaven. Aber Neuer ist immer besser. Werte Zuschauer, nein, ich trinke keinen Morgenurin. Ich trinke Apfelschorle. Ist das deine Älteste und somit deine Beste, Nico? Wahrscheinlich. Boah, ich lagge so hart. Ich bin echt garantiert überhaupt keine Hilfe gerade. Also noch weniger als sonst. Wieso kann man hierin eigentlich nicht Auto fahren? Bisschen eng, wa? Naja, aber es hat auch... Hey, du da! Ich möchte dich töten! Sagst du das auch in der Disco? Na ja, klar. Dann wirst du immer Spaß machen. Ja. Bei mir ist halt gerade das Problem, dass du eine gute Sekunde brauchst, bis der überhaupt in den Zoom-Modus geht. Aber jetzt weiß ich, was der Claptrap im Käfig war. Bis halt. Bis halt, bis halt, bis halt, bis halt. Ach, da ist noch einer hinter uns. Ah, es geht glaube ich gerade so... Ja, das geht nicht so wirklich. Ah, jetzt geht es doch wieder. Super. Übrigens, Nico, du solltest das Anti-Aggressionstraining echt nicht schwänzen. Du hast Schwanz gesagt. Nico. Denk doch an die Kinder, die hier vielleicht zuschauen bei diesem Let's Play. Die dürfen das gar nicht gucken. Ich weiß. Aber man weiß ja nie. Tom, seit der Facecam dürfen die eh nicht mehr schauen. Was halte ich denn mit in die Kamera, Nico? Tom, wie war das denn auch? Du hättest deine Niedel ins Netz. Ja, genau. Genau das. Das tue ich sicherlich immer. Wer tut das nicht? Einfach mal Nudeln ins Netz hängen. Tom hat das Netz gesehen und dann hat er ganz programmäßig gesagt, da mal Nudeln reinhängen. Und dann überhaupt mal Nudeln reinhängen. Alter, was hat mich denn hier in fast in die Luft gejagt? Ich muss in Deckung. So, wieder äh, dabei. Da ist Claptrap. Stirb, Claptrap. Stirb einfach. Nico, das ist ein Roboter. Du kannst ihn nicht töten. Wir werden es nie herausfinden, würden wir es nicht versuchen. Hier gibt's ein Hebel. Jetzt hab ich Hunger. Komm, hier ist ein Sniper und ein Hunter-Gasmat. Oh, Moment, wo? Ach, da. Die Sniper sehen immer so übel Badass aus. Guck mal, was Badass-ing ist. Viel Grundschaden. Die Zielgenauigkeit ist auch gut. Ach, komm, ich nehm die anstatt der Explosiv-Sache. Und hier, 32% Blood-Wing-Schaden und Blut-Rustig-Skill. War nicht mal. Die Spinnen sind mega nervig, oder? Ja. Leute, dann muss ich die Gesundheitsregeneration jetzt doch wieder rausnehmen. Ich mein, 32% Blood-Wing-Schaden kann ich nicht einfach... Ich mein... Das ist einfach geil. Und hier Hilfe. Das sieht danach aus. Ich glaub, der Niko braucht Hilfe. Ist das was Neues? Fure Einbildung. Ihr seht, bin ich vollkommen allein zurechtgekommen. Ich bin full. Warum das denn schon wieder? Leg'n Sniper rum. Hier ist ein Sniper. Warum ein Sniper? Alter, hier fliegen ein Sniper wie durch die Gegend, als hätten die zu viele davon. Alter, ich mach einfach keinen Damage. Wirklich, dann kommen die ganze Zeit nur Nullen. Ja, Hits auf den Schild machen null Damage. Außer mit Säure, glaub ich. Ja, aber ich schiefe mit Säure. Wir machen Hits auf den Schild wohl immer null Damage. Ups. Will mir jemand helfen? Du hast dich wieder selbst in die Luft gejagt. Ich auch, seltsamerweise. Hey, steh geblieben. Get healed, bitch. Ja, du auch. Ich geh nochmal eben zu dem Shop. Wo ist denn der noch gleich? Äh, in die Richtung. Wär lustig, wenn du beim Heel auf den Kopf zielst und ich mich dann ducke. Nico, hinter uns hast du jetzt jemanden auf uns aufmerksam gemacht, glaub ich. Ach du heilig, das sind zu viele. Alles weg, ich guck jetzt gar nicht mehr nach, was das alles ist. Was? Was geht bei dir denn? Oh, Tatsache. Auch ein Säure-Hit gegen den Schild macht null. Macht ja auch irgendwie Sinn. Aber wenn ich den sonst erwische, tritt's dem richtig weh. Hahaha, du hast kein Schild unter dir. Ah! Der schwebte gerade bei mir kurz. Ja, weil der auf mir stand wahrscheinlich. Ich hab die Dächer mal gecleatet für uns, ne? Ich bin dafür, dass wir hier verschwinden. Oh, oh. Äh, I, 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 I did it. Hilfe. Ich komm zu dir. Ah, Moment. Yeah! Ich hab die Waffen hier weggeschnappt. Wir schauen einfach nachher, was wir für Waffen haben, die zu wem passen und fertig. Aber das gute Geld ist wichtig. Was ist das gute Geld? D-Mark! Stimmt, was für eine Währung haben die ja nochmal auf Pandora. Ach ja, die guten alten Zeiten, als die AfD nur den Euro loswerden wollte. Ja, genau. Dann wollten sie auch alles andere aus Europa loswerden und aus Nicht-Europa. So, wo müssen wir hin? Oh nein. Falschrechnung, da. Ach ja, Reaktion kann mein Rechner. Meint sich, meinte ich sollte mal ein bisschen Free-Six die Nose skopen? Nein. Sehr schön. So, Lukas, schalt mal bitte die Quest um. Kann Gott nicht. Jetzt kann ich. Ach so. Ach, spielt keine Rolle. Wir haben jetzt ohnehin keine, ähm... Also jetzt, Dahl Headland. Äh, Dahl Headland, würde ich sagen. So, Dahl Headland. Wo ist er? Ah, hier. Lucky's Last Chance. Das. Gibt Cheatern keine Chance. Das ist nichts, was mit Cheaten zu tun hätte. Fühlt sich aber direkt angesprochen, ne? Borderlands funktioniert nicht mehr. Super. Ah. Muss ich diese Folge gleich an zwei Stellen unterbrechen? Ist ja super. Bis zum... Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Geht weiter. Borderlands läuft stabil wie ihr und ihr... Was seid ihr denn schon vorgerannt? Ist denn niemand vorgerannt? Ach so. Wir sind doch alle hier. Was macht Nico denn da vorne? Passt dann. Ich weiß es nicht. Ha, toll. Und Nico, was ist das eigentlich für eine Art, seinen großen Bruder zu überfahren? In den Longbow-Granaten kommt man ganz schön weit. Könnte vielleicht am Namen liegen. Lasst uns jetzt alle ins Auto steigen und los. Ich heile mich gerade erstmal ein bisschen. Ey. Hier wird nicht geheilt. Aha. Nico, das wird nichts. Wow. Alter. Und wie kriegen wir die Kari jetzt hier wieder raus? Oh, das ist ganz einfach, Herr Mann. Mit dem Raketenwerfer. Nein. Nein. Da war gerade eine Klaas-Mod, die ich kaufen wollte. Ja, Pech gehabt. Und dann ist es ausgelaufen, oder was? Ja. Nice. Leute, wir haben zwei Autos, fahren wir los. Ey, Nico! Lukas, fahr einfach los, sonst gibt's nur Unfälle. Wo lang denn? Richtung grünes Symbol, einfach drauf zuhalten. Das grüne Symbol ist weiter rechts. Ja, gut. Das grüne Symbol ist außerhalb der Karte. Ja. Da war das grüne Symbol. Das heißt doch nicht, dass du Hindernissen nicht ausweichen darfst. Du hast gesagt, einfach drauf los. Einfach drauf zufahren, hast du gesagt. Ich glaube, das sind Bandidos. Nein, 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 nicht, nicht weiter, nicht weiter. Hui! 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 Warum treffe ich die nicht? Oh. Soll ich da nicht runterfahren? Bietet sich aber echt an, hier. Nico! Was soll das, du? Boah, hast du ein Glück gehabt. Nico, du Arsch. Du Schwein. Ja, wie viel war das Auto jetzt wieder hier weg? Gar nicht. Ey, wer hat die Granaten genommen? Ich? Sind meine. So, wir haben also ein Versteck gefunden. Jetzt würde ich sagen, geh mal auf Altar Ego. Gottlose Monster in Rust Cummins East. Wieder? Nein! Nico, du bist echt so ein Vollarsch. Oh Gott, du musst den kompletten Weg einfach laufen, ey. Nico, du bist echt so ein Arsch manchmal. Ich fand das sehr, sehr gut. Nein! Du stehst jetzt immer noch da und weinst. Ich habe noch die Dings umgeschaltet. Komm, mein Pinker-Freund. Lauf mir wenigstens nicht im Weg. Und gib dem Programm mal einen Knopf, dass es automatisch weiterläuft. Oh, Moment. Der Knopf ist, äh, W. Ja, aber das ist halt, so gleich. Eingedrückt-Reichern. Ohne, dass ich's drücken kann. Also wenn du W gedrückt hättest, dann läuft der automatisch weiter. Ja, genau. Ah, Gegners. Wo ist ein Gegners? Ah, halt. In dem Fahrzeug. No. Können wir das kapern? Können wir das kapern? Wir können das nur in die Luft jagen. Ja, ich hab bestimmt drei Punkte damage gemacht. Hier gibt's Autos. Autos. Oh, Gegner. Nö, jetzt glaub ich auch weiter. Ist mir doch egal. Läuft denn da? In Flames. Lukas, willst du einsteigen? Bin gleich da, glaub ich. Oh nein. Bin ich nicht. Dann will ich einsteigen. Komm her. Ja, du wirst. Spann dich. Ich fahr in die vollkommen falsche Richtung. Joker! Mach dich auf den Weg! Ich komm nicht aus der... Ah, jetzt. Wobei, gibt's hier nicht nur New-U-Station? Hier gibt's nur New-U-Station. Wir sind schon da. Hü-U-Ch-E-Ch-E-Ch. Hü-U-Ch-E-Ch. Wir müssen nach Rust Cummins East. Ich hab keine... Keine Granaten mehr. Nein! Was soll denn die Scheiße? Ich brauch Granaten. Übrigens, ich werd dann hier mal kurz die Folge beenden. Oh, Nico. Fuck, wo bin ich? Also, ich hoffe jedenfalls, das Publikum hat weiterhin Spaß, lässt konstruktive Kritik es ist... Nico, was soll die Scheiße? Was soll das? Was soll das, Nico? Lass das mal gefälligst. Du bist echt ein Vollarsch. Mit dir spiele ich nochmal nach diesem Projekt, du. Also dann bis zur nächsten Mal. Können wir da mit Tennis spielen? Cheerio.